Gemerkt habe ich, als ich zuhause gelegen bin am Sofa und mich zufällig kratzen wollte an der Achselgegend und bin dann mit meiner Hand zufällig bei meiner Brust angekommen und habe dort so einen Knoten entdeckt, den ich vorher halt nicht gekannt habe. Und daraufhin bin ich dann zu meiner Ärztin, habe mir dann einen Mammographie-Termin gemacht und während der Mammographie hat mich dann die Ärztin eben darauf angesprochen und die Diagnose gestellt, dass es ein bösartiger Tumor ist. Nachdem man auf so etwas nie vorbereitet ist, habe ich eigentlich nichts empfinden können. Ich war so in einem starren Zustand, so paralysiert irgendwie. Ich habe damit irgendwie nichts anfangen können und mich damit überhaupt nicht identifizieren können. Woher ich so die Kraft geschöpft habe? Es war zwar sehr schön, dass Familie und Freunde für einen da waren, aber letzten Endes macht man das halt selber irgendwie durch. Man muss das selber einfach durch und ich habe die Kraft eigentlich nicht von außen, sondern von mir selber geschöpft. Die Kraft war schon in mir drin, aber wie schon gesagt, ich bin ein ziemlich rationaler Mensch und sehr pragmatisch. Und genauso bin ich auch vorgegangen, als ob das irgendwie eine andere, eine ganz normale andere Krankheit wäre. Und ich habe mir gedacht, mach das jetzt durch, jetzt weg mit den negativen Gedanken. Mach mal alles durch und wenn es dann nicht geklappt hat, dann kannst du ja noch immer darüber trauern und weinen. Aber zumindest wollte ich mir die Chance mal geben, alles richtig zu machen. Und habe da eben eine Therapiedauer von sechs Monaten jetzt alles durchgehabt. 16 Chemos, die Tumorentfangung, Brachytherapie, Strahlentherapie. Dazwischendurch habe ich noch zweimal Covid gehabt und habe das aber ganz gut gemeistert. Nein, komischerweise absolut nicht, weil wie gesagt, ich bin ein sehr logischer Mensch. Und nach den Gesprächen mit den Ärzten war ich dann schon sehr beruhigt und war da immer schon zuversichtlich irgendwie. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass ich ein Schutzengel habe. Ich habe schon mehrere Schicksalsschläge gehabt und ich bin jedes Mal immer irgendwie so am vorteilhaftesten oder so gut wie möglich aus der Sache immer rausgekommen. Und genau da habe ich irgendwie auch dieselbe Zuversicht gehabt. Die Therapien im Krankenhaus habe ich jetzt abgeschlossen. Ich mache jetzt eine Antihormontherapie, die zwei bis fünf Jahre dauert. Jetzt versuche ich mich ein bisschen daran zu gewöhnen. Aber ich mache ganz normal mit meinem Leben weiter wie bisher. Auch während den Chemos und so weiter habe ich eigentlich mein Leben weitgehend normal gelebt. Ich war, glaube ich, auf so viele Hochzeiten wie noch nie. Das hat mir auch gut getan. Ich wüsste auch nicht, warum ich mich jetzt da zurückziehen sollte. Jetzt muss ich mir jetzt Gedanken machen, dass ich so langsam wieder in die Arbeitswelt komme. Und ansonsten hat sich eigentlich für mich jetzt von meinen Lebensumständen jetzt nicht sehr viel geändert. Nur, dass ich körperlich vielleicht ein bisschen noch schwach bin. Das begleitet einen natürlich immer, weil ich meine, ich habe jetzt alle Therapien durch. Es schaut zwar gut aus, aber den Erfolg der Therapien werde ich erst in einem halben Jahr bis einem Jahr erfahren. Und bis dahin ist einem schon ein bisschen mulmig. Man hat schon ein bisschen noch Angst und hofft halt darauf, dass es weg ist. Weil einmal hat man, das erste Mal hat man die Kraft und die Motivation, das durchzustehen. Aber ich denke, mein zweites Mal, drittes Mal würde einen schon ein bisschen zusetzen. Obwohl das ein trauriger Umstand jetzt ist. Aber ich finde diese Zeit für mich sehr faszinierend, weil ich habe begonnen, mich selber kennenzulernen, mein Umfeld näher zu betrachten und zu analysieren. Und ich habe dadurch sehr viel erfahren. Also von der Persönlichkeitsentwicklung finde ich das einfach faszinierend. Ich bin viel empathischer geworden und ich glaube, dass mich das so blöd es klingt, aber mich zu einem tick besseren Menschen gemacht hat. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mich nicht zu stressen, mir nicht zu viel Last aufzubürden. Ich reise sehr viel und gerne und das will ich weiterhin machen. Man weiß einfach nie, was auf einen zukommt. Ich bin viel